So, meine Damen und Herren, jetzt können Sie sich mal ein bisschen zurücklehnen. Das ist so eine Vorlesung, die ich eigentlich immer am Ende der regulären FE-Vorlesung bringe, wenn noch Zeit ist. Und zwar geht es hier um die Entwicklung der Computertechnik. Gerade Finite Elemente Rechnung ist wie kein anderer Wissenschaftszweig eigentlich von moderner Computertechnik abhängig. Und Sie wissen, dass das Verfahren eigentlich seinen Namen erst in den 60er Jahren bekommen hat, also vor rund 70 Jahren. Vor rund 60, 70 Jahren eigentlich. Und davor konnte man eigentlich in der Praxis damit überhaupt nichts anfangen, weil die Computer überhaupt noch keine Power hatten. Aus dem Grund ist es so ein kleiner Überblick, damit man mal eine lose Ahnung hat, wie sowas in etwa geht. Und zwar Computer, das ist eine Einteilung von mir persönlich. Also Sie können das alles vollkommen anders machen. Und zwar unterscheidet man zunächst mal einen Prozessrechner. Das sind zum Beispiel auch sogenannte Embedded Computer, was zum Beispiel in ihrer modernen Waschmaschine eingebaut ist. Oder selbst moderne Kaffeemaschinen haben schon kleine Computer, zum Teil 4-Bit-Prozessoren eingebaut. Dazu zählen auch die digitalen Signalprozessoren, wie sie zum Beispiel in modernen Kameras und Camquadern drin sind. Aber auch Fertigungsleitrechner und ähnliches. Das zweite sind, ich sage mal in Hochkommandat, normale Computer. Dazu zählen halt PCs. Früher, das ist inzwischen ausgestorben, Homecomputer, auf denen man in der Hauptsache Spiele gemacht hat. Unix-Workstations. Aber auch so typische Mitrange-Rechner, was früher, was wir in der Firma hatten, was sehr beliebt war. Eine IBM AS400. Die hatte so ein Format von einer großen Tiefkühltruhe und hat die ganze Firma eigentlich bedient. Ich bin persönlich großer Fan von solchen Zentralrechnern. Dann gibt es Spezialrechner, zum Beispiel so persönliche Assistenten. Dazu zählen auch eigentlich Handys, wenn wir ehrlich sind. Aber auch, sagen wir mal, leistungsfähige Taschenrechner wie ein TI-89 oder auch der moderne TI-84. Router und ähnliches. Das sind ein Spezialrechner. Und es gibt natürlich auch die großen Maschinen, die sogenannten Mainframes. Das sind Universalkomputer. Die sind für technische als auch kaufmännische Dinger da. Die Banken haben sowas nach wie vor. Das ist auch sehr vernünftig in meinen Augen. Dann gibt es die Supercomputer. Die sind eigentlich ausgerichtet auf, sagen wir mal, sehr schnelle, sehr große technische Berechnungen. Da wird unser Wetter drauf berechnet oder Kernexplosionen und ähnliche Sachen. Vektorrechner sind eigentlich heute ein bisschen auf dem Rückmarsch. Das gab es früher, die also sozusagen ganze Matrizen und Vektoren im Speicher handeln können. Das ist etwas rückläufig heute. Und wie ist das Ganze angefangen? So albern das klingt, eigentlich um 1805. Der Franzose Chakar, alle sozusagen Damen und auch Herren, die gerne stricken, kennen das Chakarmuster. Und das wurde gesteuert über Lochkarten. Da kommt eigentlich die Lochkarte her. Wenn man es so will, ist das ein ganz früher Prozessrechner eigentlich. So etwa um 1900 hat der Deutsch-Amerikaner Dr. Hermann Holleritt die Holleritt-Lochkartenmaschine erfunden. Und zwar wurde die im ganz großen Stil eingesetzt für die amerikanische Volkszählung. Das ging dann in einem Bruchteil der Zeit, als was man früher sozusagen mit Handaufschreibungen gebraucht hat. Weil der praktisch über so Zählwerke dann auch schon addieren konnte und darstellen konnte, dass und das Merkmal kommt in der Bevölkerung besonders häufig vor. Was weiß ich, so ein viel Alte, so ein viel Junge. Und aus dieser Firma Holleritt wurde nämlich 1924 die IBM. Das war lange Zeit der größte Computerhersteller der Welt überhaupt. In der Zwischenzeit, also sie bauen immer noch sehr große Computer. Aber die haben sich wohl auch weitgehend so mehr auf das Softwaregeschäft verlagert. Aber sei es mal drum, IBM kennt jeder. Und Sie sehen, schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es bei der Firma Bayer in Leverkusen, die es ja immer noch gibt, eine Holleritt-Abteilung. Beachten Sie vor allen Dingen die Beleuchtung hier. Vielleicht hätte man doch noch einen Lampenschirm drum herum hängen können, aber wie auch immer. Das heißt, große Firmen, die waren eigentlich solcher Technik schon relativ aufgeschlossen. Was viele nicht wissen, wenn man so auf der Welt rumfragt oder auch in Deutschland, wer hat den Computer erfunden, sagt alle Welt die Amerikaner. Das stimmt nicht. Denn der erste programmgesteuerte Rechenautomat der Welt ist von dem deutschen Bauingenieur Konrad Zuse 1941 entwickelt worden. Und zwar arbeitet der in der Hauptsache mit Fernmelderallais, umquert 2000 Stück. Und das ganz Besondere war, dass der schon vollkommen digital rechnete. Das ist nämlich eine Besonderheit daran. Der benutzte schon das Digitalsystem und das Programm war praktisch auf Kinofilm. Der Kinofilm hat, wie Sie vielleicht wissen, 35 Millimeter Breite. Dieser Film wurde auch viele Jahrzehnte für Fotokameras benutzt. Das ist der typische Kleinbildfilm, der hat 35 Millimeter Breite. Und da hat er seine Programme schon gelocht. Und das war, wenn wir nicht diesen unseligen Krieg angezettelt hätten, dann wäre vielleicht Deutschland heute führend in der ganzen IT. Wir haben es verbockt. So einfach. Wir haben es verbockt. Denn die Amerikaner haben relativ zeitgleich an sowas gearbeitet. Es ist auch bemerkenswert. Ein Riesenbrummer. Schauen Sie, hier steht auch IBM. Und zwar in Zusammenarbeit mit Professor Eichen von der Harvard Universität und IBM ist die Harvard Mark I entstanden. 1944, also mitten im Zweiten Weltkrieg. 700.000, also Einzelteile, 3000 Kugellager, 80 Kilometer Kabel. Vollkommener Wahnsinn. Und eine Division dauerte 11 Sekunden. Denn das Besondere ist, diese Maschine rechnete dezimal. Also nicht mit dem viel geeigneteren Dualsystem, sondern dem Dezimalsystem. 1946 hat man den Enyaq entwickelt in den USA. Und zwar, das war der erste röhrenbestückte Computer. Wohlgemerkt 18.000 Elektronenröhren. 1500 Relais. Der Stromverbrauch, 150 kW, entspricht über den Daumen, grob gerechnet, sagen wir mal sechs bis sieben Einfamilienhäusern an Stromverbrauch. Die Programme wurden auch gesteckt, hier über Kabel, wenn Sie hier gucken. Also, wenn man ehrlich ist. Die Zuse Z3 war ihrer Zeit weit voraus. Durch die ganzen Kriegsentwicklungen ist die Maschine auch sozusagen verloren gegangen. Und der Zuse musste das alles mühselig nach dem Krieg rekonstruieren. Die Amerikaner haben wie immer das mit Masse einfach gemacht. Gerade Sie, ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Elektronenröhre gesehen haben. In meiner Jugend war das noch vollkommen normal. Die Radios waren häufig noch, obwohl der Transistor längst erfunden war. Aber sehr viele Radios und besonders Fernsehgeräte waren noch Röhren bestückt. Und da drinnen glüht ja so ein Draht. Genau genommen die Kathode. Das heißt, so eine Röhre, die wird warm. Die glüht dann meistens so dunkelrot. Das ist eigentlich angenehm zu sehen. Aber irgendwann brennt die natürlich auch durch. Genauso wie eine normale Glühlampe irgendwann fertig ist, ist so eine Röhre auch fertig. Und nach den Überlieferungen hat man das zwar so gemacht, dass die Röhren hier nur etwa mit einem Viertel ihrer normalen Last betrieben wurden. Aber trotzdem musste praktisch alle paar Tage mindestens mal eine Röhre ausgewechselt haben. Wobei ich sagen würde, viel Spaß beim Suchen. Es war aber der erste sozusagen Elektronenrechner der Welt. Man hat ja früher noch in meiner Jugend, total abgedreht, zu einem Computer Elektronengehirn gesagt. Vollkommen verblödet, aber wie auch immer. Und 1.500 Relais. Also das Ganze ist schon gigantisch. Und zu was wurde das benutzt? Zum Berechnen von Geschossbahnen. Und zwar in der Hauptsache für die Artillerie. Sie wissen vielleicht, oder Sie wissen auch nicht, weil die meisten von Ihnen ja gar nicht mehr bei der Armee waren, dass ein Geschoss aus einer Kanone, aber auch aus einer Pistole oder Gewehr, das macht in Wirklichkeit eine parabolische Flugbahn. Und gerade wenn man über weitere Entfernungen schießt, Sie müssen bedenken, schon im Ersten Weltkrieg haben die Schiffsgeschütze der kaiserlichen Marine, der deutschen Marine, die haben zum Teil über 10 Meilen, also fast über 20 Kilometer geschossen und sogar getroffen. Man sollte es nicht glauben. Und dazu muss man genau sozusagen die ballistische Flugbahn kennen, wie dieses Geschoss fliegt. Das ist von Hand sehr, sehr mühselig auszurechnen, weil man muss da ganze Tafeln machen, nach dem Motto Entfernung so und so, Seitenwind so und so. Und man hat einfach, dieser ENJEC war geplant, um sozusagen Geschoss-Tabellen auszurechnen, und zwar für größere Geschütze, jetzt nicht eben für Gewehre und sowas, sondern für größere Geschütze. War ein Unikat, der ist nur einmal gebaut worden, war sogar mehrere Jahre in Betrieb, hat immerhin, weil er eben mit Röhren schon arbeitete, elektronisch 2,8 Millisekunden nur für eine Multiplikation gebraucht. Und Sie sehen, der war immerhin fast 10 Jahre in Betrieb. Dieses Wort ENJEC ist ein Kunstwort, steht für Electronic Numerical Integrator and Computer. Denn Computer heißt ja nichts anderes wie Rechner oder Berechner. Beachten Sie, wie hier die sogenannten Operators rumgestanden haben und da rumgefummelt haben. Heutzutage unvorstellbar. Was Ihnen glaube ich nicht klar ist. Ihr Handy hat ein, man kann es gar nicht ausrechnen, wahrscheinlich eine millionenfache höhere Leistung wie so ein ENJEC hier. Die IBM war weiterhin am Ball und hat als nächstes den SSEC, den Selective Sequence Electronic Calculator entwickelt, 1948, doch schon 12.500 Elektronenröhren, 21.400 Relais. Das Besondere an dieser Maschine war, dass Sie als Erste nach dem von Neumann-Prinzip gerechnet hat. Was besagt das? Das besagt, nicht nur die Daten, sondern auch das Programm selbst wird im Computerspeicher gehalten. Das ist nämlich die Voraussetzung, dass Sie bedingte Sprünge machen können. Nach dem Motto, if sozusagen Uhrzeit nach 12 Uhr, dann Mittagsschlaf machen oder irgend so was. Das heißt sogenannte bedingte Verzweigungen. Und das können Sie nur, wenn Sie auch das Programm im Computerspeicher halten. Das ist das von Neumann-Prinzip und das war die erste Maschine, die das gemacht hat. 1948 brachte dann IBM, die IBM 604 raus, die nur noch 1400 Elektronenröhren hatte und 70 Programmschritte konnte. Also aus heutiger Sicht so gut wie gar nichts. Aber immerhin, das konnte man sozusagen schon in der Firma ganz gut unterbringen. Der Verkauf von IBM schätzte damals, dass man weltweit etwa 75 Stück davon verkaufen konnte und verkauft wurden 5600 immerhin. Da sieht man mal, wie sich auch das Marketing gerade bei neuen Produkten irren kann. Und immerhin waren 1975 noch 334 Maschinen in Betrieb. Eigentlich unglaublich. Muss sehr dauerhaft gewesen sein. Die maßgeblichen sozusagen Bauteile in Computern sind entweder Elektronenröhren, so was hier. Elektronenröhren wurden entwickelt so etwa um 1910 und wurden in Computern etwa ab 1948 eingesetzt. Transistoren wurden wohlgemerkt im selben Jahr erfunden, nämlich von den Amerikanern. Badin, Schockley und weiß nicht. In Computern etwa eingesetzt ab 1955. Das heißt, ein Transistor macht eigentlich ähnliches wie eine Elektronenröhre. Also er kann entweder als Verstärker dienen, zum Beispiel in Radios. Er kann aber auch genauso wie Elektronenröhren als Schaltelement wirken, was im Computer wichtig ist. Und schon 1959 hat Jack Kilby von Texas Instruments und relativ zeitgleich Robert Neuss von Fairchild Semiconductor die ersten ICs entwickelt, wobei die sich lange hin und her gestritten haben, sozusagen wer wirklich jetzt der allererste war. Und in Computern wurden ICs, also integrierte Schaltkreise, ab 1970 etwa eingesetzt. Und in Computern. Schon der Zuse persönlich arbeitete mit dem Dualsystem, also Zahlen zur Basis 2. Sie können zum Beispiel die Dezimalzahl, deswegen steht hier ein kleines d, auf Dezimalbasis darstellen, als Binärzahl aus 1, 0, 0, 0 und 1. Deswegen steht ein b dran, nämlich Binärzahl. Das ist nämlich 1 mal 2 hoch 4 plus 0 mal 2 hoch 3 plus 0 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0. Genauso, wenn Sie das addieren wollen, können Sie jetzt sagen, ok, plus 3 Dezimal und das ist nämlich 11, 1, 1 Binär, nicht etwa 11, 1, 1 Binär. Das ist nämlich 1 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0. Und das addieren, das geht eigentlich ganz ähnlich, wie man denkt. Sozusagen 1 und 1 gibt nämlich 0, Übertrag 1. 1 und 1 ist wieder 0, Übertrag 1, das ist diese 1, 0, 0. Binärzahlen, es gibt 20 Dezimal, wenn Sie es umwandeln und Sie sehen, alles in bester Ordnung. Wenn Sie zwei Röhren oder zwei Transistoren zusammenschalten in einem sogenannten Flipflop, dann können Sie die Schaltzustände 0 und 1, sozusagen Schalter offen, Schalter zu darstellen und damit können Sie genau nämlich die 0 und 1 im Binärsystem darstellen. Das ist der Trick eigentlich. Und das macht man heute nur noch. Die allerersten Computer, der Amerikaner, haben noch mit Dezimalsystemen gerechnet, was viel, viel umständlicher in Wahrheit ist. Und die Amerikaner sind auf dem Gebiet einfach führend geblieben, weil wir vielleicht in Deutschland auch wie immer zu doof waren und gar nicht begriffen haben, wo diese Entwicklung hinläuft. Der alte Zuse hat ja dann die Zuse KG gegründet, aber irgendwie konnte das nicht wirklich überleben hier. Vielleicht liegt es auch am ganzen deutschen Umfeld. Das ist schwer zu sagen. Hier sehen Sie eine typische Mainframe. Eine IBM, ein System Strich 360, etwa um 1965, wurde entwickelt von Gene Amdahl, der später seine eigene Computerfirma gegründet hat. Die Maschine hatte 16 Universalregister A32-Bit und vier Gleitkomma-Register A64-Bit. Das Ganze ist das teuerste Computerprojekt eigentlich und zwar 5 Milliarden Dollar nach Apollo. Denn bei der Apollo, sozusagen Raumfahrt-Mission, wurden etliche Strich 360-Systeme verwendet. Was Sie hier sehen, sind zum Beispiel Magnetbänder. Hinten Magnetbandlaufwerke. Macht man heute nur noch überhaupt zum Datensichern. Bedienerkonsole, sehr wahrscheinlich sozusagen das Hauptpanel für den Operator. Hier tut praktisch eine Art Fernschreiber und Operator arbeiten. Hier tut gerade eine Dame ein neues Magnetband auflegen. Die Zentraleinheit könnte das hier sein. So genau weiß man das nicht. Das hier sieht mir aus nach Krattenlaser. Und die spätere Entwicklung, die außerordentlich erfolgreich war, das war die IBM Mainframe-System 370. Und zwar, das gab es in verschiedenen Versionen. Sie können auch erahnen, warum. Sozusagen je nachdem, wie viel Magnetbandlaufwerke ich habe. Wie viel Festplattenlaufwerke ich habe. Wie viele Speichereinheiten ich habe. Danach hat sich praktisch sozusagen diese zweite Nummer geändert. Und das ist eine 370-168. Um 1978 und mit sowas habe ich selbst meine Diplomarbeit gerechnet. Das einzige, was hier modern ist, das sind die sogenannten Schnelldrucker hier. So ein Ding, das müssen Sie mal live in Betrieb gesehen haben. Da ist ein Laserdrucker, ein moderner, das ist langweilige Angelegenheit dagegen. Diese Dinger hier, die donnerten wirklich Zentimeter dicke Papierstapel in praktisch in Sekunden raus. Das muss man mal gesehen haben. Das ist unglaublich. Pure Elektromechanik, aber extrem schnell, wahnsinnig schnell. Den ganzen anderen Rest kann man eigentlich knicken aus heutiger Sicht. Sie sehen, das Modell 370-195, das war sozusagen das leistungsfähigste, was die dann rausgebracht haben von IBM. Hatte schon sozusagen monolithische Schaltkreise, sehr schnell für die damalige Zeit und konnte schon immerhin hier unglaublich schnell rechnen, halt mit Elektronengeschwindigkeit. Natürlich waren diese Dinger wahnsinnig teuer. Das hat so eine, zumindest so eine, damals die 370-168, die wir an der Technischen Hochschule Darmstadt hatten, heute Technische Universität Darmstadt, die hat meines Wissens damals 20 Millionen D-Mark gekostet und war die teuerste Computeranlage in Hessen angeblich. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Gefüttert hat man das Ganze mit sogenannten Lochkarten. Die Standardlochkarte hat 80 Spalten. Das heißt, man kriegt 80 Zeichen hier unter, mehr nicht. Und zwar, damit wurden die Daten eingegeben, die Karten hat man mit einem Kartenlocher oder Kartenstanzer gelocht. Die Datenausgabe erfolgte dann wieder bei Lochkarten. Aus dem Kartenstanzer, der hat Ihnen die Ergebnisse wieder in Karten gestanzt. Der Computer selbst liest natürlich das Lochmuster ein, aber hier oben ist sozusagen in Klarschrift hingedruckt, was da drin steht. Also im Prinzip konnten Sie damit dann auch wieder Ergebnisse lesen oder mit diesen Schnelldruckern, wo es also wirklich zur Sache ging. Das hat man bei großen Anlagen immerhin so bis Mitte der 1980er Jahre gemacht und von der IBM gab es natürlich auch die passenden Kartenstanzer und zwar das Modell 026 und das Modell 029. Hier sehen Sie das Modell 029. Äußerlich sehen sie recht ähnlich aus. Blöderweise haben sie verschiedene Codes. Das heißt, man musste sogar noch angeben, das Ganze ist gelocht mit einem 26er Loch oder 29er. In Darmstadt, wie ich Student war, da standen jede Menge 26er und natürlich auch 29er Locher, was die Sache nicht einfacher gemacht hat. Blöd war in der ganzen Sache. Wenn Sie sich einmal vertippt haben, war das Lochmuster ja drin. Das können Sie jetzt schlecht zukleben. Das heißt, Karte raus, neue Karte holen per Tastendruck, neu anfangen. Was Sie hier sehen, ist ein sogenannter Minicomputer. Aus heutiger Sicht würde man auch sagen, eher etwas größer, ist aber ein Minicomputer. Und zwar von der Firma DEC. Das steht für Digital Equipment Corporation. Die ist längst den Weg alles irdischen gegangen. Auch, man muss sagen, wegen eigener Blödheit, weil sie auch zu lange an ihren traditionellen Produkten festgehalten haben. Und das hier ist eine PDB11. Die hießen fast immer PDB, diese DEC-Computer, von 1972. Und zwar sehen Sie hier als Eingabegeräte Teletypes. Das sind praktisch wie Fernschreiber. Also Sie drücken auf die Tastatur und dann kriegen Sie hier auf dem Papier den entsprechenden Buchstaben hingedruckt. Das ist der Dennis Ritchie in jungen Jahren. Der hat nämlich die Programmiersprache C erfunden, in der wir ja nicht nur die Open Source Version Z88, sondern Z88 Aurora ist ja auch komplett in C programmiert. Das ist Ken Thompson. Und die beiden zusammen haben nämlich das UNIX-Betriebssystem erfunden. Was ist heute weltweit das meist eingesetzte Betriebssystem? Nein, nicht Windows. Falsch geraten. UNIX. Und zwar deswegen, weil alle Handys mit UNIX laufen. Egal ob Android, das ist ein bisschen umgemodeltes Linux. Und vom iPhone, das iOS-Betriebssystem, ist er nämlich auch ein Linux-System. Und Linux-Systeme sind ja wieder Abarten von UNIX-Systemen oder umgekehrt. UNIX ist streng genommen ein geschützter Name. Die beiden Herren haben damals bei AT&T, American Telephone und Telegraph, gearbeitet. Und zwar in der Subdivision Bell Laboratories. Und das UNIX, das ist sogar, das ist eine Art, ein fast Wortspiel. Die Herren haben erst an einem Betriebssystem namens Multics gearbeitet. Und dieses Multics, das wurde irgendwann kaum noch beherrschbar. Und dann hat man gesagt, Reset, wir fangen nochmal sinngemäß neu an, alles einfacher, nach neuen Gesichtspunkten. Und das nannten die UNIX, sozusagen nicht Multics, sondern UNIX. Das ist ein bisschen amerikanisches Wortspiel. Und das ist heute mit Abstand das meist eingesetzte und auch erfolgreichste Betriebssystem. Wenn Sie einen modernen Fernseher haben, dann läuft da im Hintergrund ein Linux in Wahrheit. Die eigentliche Computerneuzeit begann so in dem Dreh Mitte der 70er Jahre mit zum Teil regelrechten Bausätzen für Heimelektroniker, um sich einen Computer selber zu bauen. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Commodore KIM 1 mit einem Prozessor MOSDEC 5602. Der wurde später auch meines Wissens im Apple 2 verwendet. Dann hier den IMSAI 8080 mit dem Intel Prozessor 8080 CPU. 8-Bit CPU war bekannt aus dem berühmten Film Wargames von 1983. Übrigens ein sehr spannender Film. Wenn der in die Finger gerät, würde ich mir mal angucken. Hier sehen Sie schon ein komplettes Computersystem. Sie sehen hier praktisch aus Zentraleinheit sozusagen Terminal. Das ist kein richtiger Computer. Gerechnet wird hier nur eine Tastatur und Bildschirm zum Anzeigen und ein Drucker von einer Firma Gromenco ist wahrscheinlich längst tot. Oder hier sowas ein Mitz Altair. Unbeachtlich ist dieses Bild hier, denn zu dieser Zeit Mitte der 70er Jahre wurden Programme und Daten entweder gespeichert auf Lochstreifen oder schon richtig gehörte Flochstreifen oder so Audiokassetten was man damals hatte um Musik zu speichern und zu hören. Hier ist der Mitz Altair 8080 und zwar wie der vorgestellt wurde in einer Zeitschrift namens Popular Electronics die haben gelesen ein gewisser Bill Gates und sein Freund Paul Allen die haben beide in Harvard studiert und haben man würde heute sagen den richtigen Griecher gehabt die haben gesagt okay das ist die Zukunft und die haben dafür nämlich sehr sehr weitblickend haben erkannt damit so ein Computer sich eigentlich durchsetzt auf breiter Front muss man ihn programmieren können diese Kisten konnte man nur in Assembler Programmieren also sozusagen auf aller unterster Ebene das ist für breite Massenanwendung eigentlich ungeeignet und sie haben erkannt man braucht dafür eine höhere Programmiersprache die sozusagen auch ein normaler Mensch beherrschen kann und eine beliebte Programmiersprache damals war Basic steht für Beginners All Purpose Instruction Code sozusagen Sprache für Anfänger was heute übrigens nicht mehr stimmt weil Visual Basic von Microsoft das ist eine verdammt leistungsfähige Sprache in Wirklichkeit und jedenfalls haben die dann für diese Kiste hier Software entwickelt und zwar den ersten Basic Compiler der sozusagen aus der Sprache Basic die relativ menschenlesbar ist dann den Maschinen Code macht mit dem dieses Ding rechnen kann Die beiden Herren haben dann sehr bald ihr Studium abgebrochen Bill Gates stammte aus reichem Haus meines Wissens waren beide Eltern Juristen und zwar wohl situierte Juristen sei ihnen zugestanden jedenfalls Paul Gates und Bill Allen die haben dann sozusagen man würde heute sagen das Studium geschmissen und haben ihre Firma Microsoft gegründet und 1948 war das die ganze Firma Microsoft die Herren Damen und Herren hatten auch den typischen Look so in den 70er Jahren wie damals eben jüngere Leute aussahen war bei mir ganz ähnlich durchaus Sie wissen Bill Gates ist heute einer der reichsten Männer der Welt sei ihm auch zugestanden er ist übrigens genauso alt wie ich selber Jahrgang er hat es geschafft ich versuche es immer noch der erste richtige PC wobei das Wort PC noch nicht erfunden waren weil PC dieses Wort hat eigentlich IBM geprägt der erste sagen wir mal Personal Computer war der Apple 2 der hatte auch eine 8 Bit CPU wie vorhin erwähnt im Commodore Kim 1 eine Mostec 602 und mit diesem Apple 2 konnte man schon eine ganze Menge anfangen da gab es nicht nur einen Basic Compiler dafür es gab einen FATRUN Compiler es gab auch schon erste Vorläufer sozusagen von Textverarbeitungssystemen also Vorvorvorläufer von WinWord Vorvorvorläufer von Excel also man konnte damit eine ganze Menge in Wahrheit anfangen da gab es auch den ersten Laptop Sie sehen der sah aus eigentlich wie eine Nähmaschine mit Griff wenn man so wollte den Osborne 1 auch mit der 8 Bit CPU dem Betriebssystem CPM das steht für Control Program Microprozessor mit Z80 CPU 8 Bit 64 K RAM da würde mich heute drüber kaputt lachen Microsoft Basic Aha WordStar waren Vorläufer eben von WinWord habe ich selbst übrigens viele Jahre mitgearbeitet das war gar nicht schlecht dieses WordStar und Supercalc war sozusagen ein Vorläufer von Excel das Ganze kostete 1982 1800 Dollar und zu dieser Zeit stand der Dollar sinngemäß etwa 1 zu 4 also etwa 8000 Merker IBM wie die auf den Markt kamen war alles anders und zwar deswegen eigentlich wegen der Anzeige das ist das Bemerkenswerte ich hatte Ihnen vorhin gesagt IBM war eigentlich führend bei Großcomputern und das war eine sehr sehr seriöse Firma das ging so weit dass die Servicetechniker wenn an diesen Großanlagen was zu warten und zu reparieren war die kamen mit blauen Anzügen nicht etwa einem Overall oder irgendeinem Kittel nee die kamen mit dunklen Anzügen mit blauen Anzügen diese IBM Großcomputer waren sehr teuer aber man muss fairerweise dazu sagen die waren auch sehr gut und sehr zuverlässig und das hat eigentlich einen nachhaltigen sozusagen Ruf geprägt bei den Anwendern in der Industrie und deswegen muss man diese Anzeige hier die hier in der Byte die habe ich viele Jahre abonniert gehabt war eine amerikanische Computer Zeitschrift diese Anzeige ist eigentlich das Bemerkenswerte my own IBM Computer imagine that das ist das Besondere daran weil in Firmen hatte IBM schon einen super Ruf und nach dem Motto wenn die jetzt so einen Kleinkomputer rausbringen dann muss das ja was sein die Technik die war nämlich eigentlich naja nicht weltbewegend wenn man ganz ehrlich ist das war eine 16 Bit CPU na immerhin schon 16 Bit statt 8 Bit und zwar ein Intel 8088 das war ein gestripte 8086 in Wirklichkeit 16 Kilobyte mit Kassettenrekorder nämlich eben zum Speichern kostete das Ganze immerhin 1500 Dollar also man kann sagen rund 6000 Merker und damit konnten sie schon nichts anfangen wenn sie ehrlich sind das Bemerkenswerte ist es gerade damals drei Betriebssysteme zur Auswahl nämlich MS-DOS CPM 86 und das UCSD-P System ein paar Worte kurz dazu die IBM hatte eben die ganze Zeit nur Großcomputer gebaut dann hatten sie eine kleinere Division beauftragt jetzt baut mal so einen PC also so einen kleinen Computer jetzt hatten sie aber kein Betriebssystem dafür die Betriebssysteme für die Großmaschinen waren vollkommen ungeeignet dafür und dann sind sie einfach auf die Suche gegangen wer könnte uns wo kann man das zukaufen nach dem Motto und dann waren eigentlich zwei Firmen im Rennen eine Firma Digital Research Quatsch ich weiß nicht ob es die noch gibt die stellte nämlich das CPM eigentlich her und dann gab es auch eine 16 Bit Version CPM 86 dann sind die Herren von IBM eine Abordnung die sind nach Digital Research gegangen und dessen Chef hat sie versetzt und ist gerade hobbymäßig mit seinem Flugzeug durch die Gegend geflogen daraufhin sind die IBM Manager wieder wutentbrannt abgezogen und sind nach Microsoft gegangen jetzt kommt eigentlich wirklich was bemerkenswertes der Bill Gates hatte überhaupt kein Betriebssystem leider war sofort den IBM Leuten gesagt da habe ich was für sie sie kriegen da was es gab in Seattle wo er herstammte eine kleine Firma die hieß Seattle Computers und die hatten ein Betriebssystem für diese CPUs gemacht das hieß QDOS für Quick und Dirty Operating System dieses QDOS kaufte Bill Gates für 50.000 Dollar später das hat er dann der IBM vertickt hat er damit Milliarden gemacht ich glaube das war das beste Geschäft in der Menschheit Geschichte überhaupt seit sozusagen der Erfindung der Pyramiden nämlich investiere 50.000 Dollar mache damit Milliarden es sei ihm gegönnt damit sie mich nicht wissen verstehen ich meine da muss man erst mal drauf kommen und muss sowas durchziehen ich finde es völlig okay denn jeder der jetzt motzt der hätte es ja auch so machen können Sie sehen hier den ersten Mikroprozessor der Welt den Intel 4004 das ist eine 4-Bit CPU das wurde damals das ist eigentlich auch ein geschichtlicher Witz wurde entwickelt für einen japanischen Büromaschinenhersteller also Japaner hatten als erste wohl die Idee so einen Mikroprozessor für praktisch eine Rechenmaschine einzusetzen was sind für Prozessoren heute üblich es gibt da natürlich Milliarden davon aber damit man das sozusagen mal ein bisschen einsortieren kann und zwar von der Registerbreite es gibt nach wie vor 4-Bit Prozessoren nimmt man zum Beispiel für Kaffeemaschinen einfache Haushaltsgeräte recht vollkommen 8-Bit Prozessoren werden immer noch in riesigen Mengen hergestellt einer der bekanntesten ist der berühmte Z80 Prozessor den gibt es immer noch seit 40 Jahren oder länger wird dieser Prozessor gebaut es gibt spezielle auch Microcontroller die man eben gerade in Waschmaschinen Kfz und der gleichen einsetzt und da reicht diese Registerbreite dicke aus vollkommen problemlos es gibt 16-Bit Prozessoren auch für Kfz einfache Industriesteuerung der Adressraum sind jetzt 64 Kilobyte 32-Bit Prozessoren hatten früher fast alle PCs Spielkonsolen und dergleichen der Adressraum ist dann 4 Gigabyte und heute hat jeder bessere PC hat einen 64-Bit Prozessor meistens sogar noch mit mehreren CPUs früher war das noch so größere Computer heute hat es jeder PC der Adressraum liegt über 4 Gigabyte eine Besonderheit früher größere Computer also mit größer heißt die haben so ein mittleres Zimmer ausgefüllt die hatten auch das waren sogenannte Wortrechner da war die kleinste Einheit die man ansprechen konnte 36 Bit oder auch 48 Bit das waren sogenannte Wortrechner das macht man seit langer Zeit nicht mehr heute hat man es nur noch mit Byte Rechnern zu tun das heißt die kleinste ansprechbare Einheit ist ein Byte im Speicher 2 hoch 16 sind 65 536 Byte sind 64 Kilobyte weil die Umrechnung wie Sie vielleicht wissen ist ja 1024 für Kilobyte 2 hoch 32 gibt 4 Milliarden irgendwas also 4 Gigabyte Windows selbst in der 32 Bit Version also 32 Bittige Windows die können nur 2 Gigabyte adressieren weil sie zwei für sich selbst brauchen ist aber heute mit den 64 Bittigen Windows überhaupt kein Thema mehr zum Glück und Sie sehen bei 64 Bit da liegen sie hier in einem Adressraum das sollte noch für einige Zeit vorhalten hier habe ich mal ein paar ältere Prozessoren Sie sehen Modell steinalt wobei es so ist dass der Befehlssatz vom Intel 386 zum großen Teil heute immer noch benutzt wird denn was viele Leute nicht wissen auch im Zeitalter der 64 Bit CPUs auf PCs sind relativ viele Programme immer noch 32 Bittig auch von Microsoft etliche Programme weil das für viele Dinge einfach reicht und damit kann man sie auch noch praktisch auf älteren Win 32 Bit Dosen und entsprechenden PCs laufen lassen das hier das ist alles im Prinzip dann der Nachfolger 486 und so weiter mir ging es nur drum dass sie einfach mal verschiedene gesehen haben so sehen sie von außen aus denn in Wahrheit schaut das alles bisschen anders aus zunächst zunächst mal wenn man wieder an die Uhrzeit des PCs denkt sie wissen 1981 kam der erste IBM PC raus und seine CPU war der 8086 dazu muss man wissen dass der praktisch nur Integer Berechnung kann also der hat keine Gleitkommaeinheit mit drauf und auf dem IBM PC war dann ein leerer Stecksockel da konnte man dann rund für 1000 Merker sich einen 8087 Co-Prozessor kaufen der dann sozusagen die ganzen Gleitkommaberechnungen ausgeführt hat musste man das nicht wirklich sie können natürlich auch mit so einer 8086 CPU auch Gleitkommarechnungen ausführen und zwar bei dem Innenumweg dass jede Gleitkommarechnung in praktisch eine enorm große Folge von Ganzzahl Berechnungen zerlegen das geht da gibt es ganze Bücher drüber wie man das macht und deswegen ist das natürlich wahnsinnig langsam das heißt alle die sozusagen bisschen rechnen wollten die haben dann diesen Co-Prozessor eingebaut und später dann ab Intel 804 86 hat man den dann integriert auf dem Hauptprozessor der eigentliche Dai wie man das nennt von so einem Prozessor also das eigene Stück Silizium das ist sehr klein und mit sehr sehr dünnen Drähten schauen Sie geht man hier erst mal raus dann an dickere Drähte und dann an die eigentlichen Kontaktstifte wir haben uns mal den Spaß gemacht bei einem Intel 286 Prozessor das waren 16 bitter aber schon deutlich leistungsfähiger wie der 8086 da haben uns mal den Spaß gemacht in der Uni Bayreuth und haben mal hier diesen Dai raus gelöst natürlich kann man mit dem jetzt nichts mehr anfangen der ist im Prinzip zerstört aber Sie sehen im Vergleich zu einem Pfennig heute vergleichbar ein Centstück wie klein der Dai eigentlich wirklich ist in Wahrheit solche Monster hier das ist ein Intel P3 Prozessor dabei ist eigentlich der Kühlkörper und die Anschlussleiste das größte der eigentliche Dai ist auch noch relativ klein das waren 32 Bit Prozessor mit sechs Integer Register A32 Bit einem Floating Point Stack mit acht Register A80 Bit dazu habe ich ja die schöne Vorlesung Programmieren für Ingenieure 1 da wird das auch alles näher ausgeführt wie das geht wie man diesen Floating Point Stack bedient und 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 ist jetzt hier nicht unser Thema und hier sehen Sie einen Superscalar RISC Prozessor von der Firma MIPS und zwar ein R10000 das Besondere an diesen RISC Prozessoren, diese ganzen Intel Prozessoren sind CISC Prozessoren, das steht für Complex Instruction Set und RISC steht für Reduced Instruction Set Der kann nämlich 4 Maschinen Der kann nämlich 4 Maschinen Befehle gleichzeitig ausführen und ist ein 64 Bit Prozessor und hat 64 physikalische Register, die man sozusagen dynamisch in 32 logische Integer und maximal 32 Floating Point Register aufteilen kann. Der war früher in Computer eingesetzt, wie zum Beispiel hier der SGI Challenge, sowas hatten wir mal am Lehrstuhl, so ein Ding. Der war unendlich teuer, war unendlich teuer, hatten wir aber relativ preiswert vom Rechenzentrum übernommen, hatte vier Prozessoren, nämlich hier solche Apparate, solche MIPS 10.000 Prozessoren. Da würde sich heute jeder mittelprächtige PC drüber kaputt lachen über die Leistung, aber sei es wie es sei, die Firma SGI für Silicon Graphics war damals führend bei solchen Rechnern und zwar insbesondere, wenn es um grafische Datenverarbeitung ging. Da waren die also, deswegen hießen sie auch Silicon Graphics, da waren die führend, die Firma gibt es immer noch, bedient aber meines Wissens nur noch das amerikanische Militär. Also ich glaube, Sie können als normaler Kunde bei denen gar nicht mehr kaufen. Kurz zu Prozessoren noch, wir haben da drin mehrere Bussysteme, also Leitungssysteme, will man sagen. Das sind tatsächlich auch physikalisch, naja Kabel nicht, aber Leiterbahnen. Es gibt den Steuerbus, den Adressbus und den Datenbus, sozusagen mit dem Adressbus wird der Speicher adressiert, nämlich beim Intel 8086, der im Ur-PC drin war, wobei das nicht stimmt. Im Ur-PC war ein Intel 8088, das ist sozusagen eine Billigversion vom 8086 und der hat nämlich hier 16 Datenleitungen, hier im Datenbus, aber 20 Adressleitungen und damit kann er 1 Megabyte adressieren, nämlich 2 hoch 20. Hier ist sogar von einem noch älteren Computersystem mal aufgemalt, wie das funktioniert. Das ist sozusagen die MPU, das ist eigentlich die eigentliche Recheneinheit, das ROM, was das ist, das kriegen wir gleich, das REM, die PIA, das steht wahrscheinlich für Parallel, Input, Adress und sonst dergleichen. Denn mit diesen ganzen Bussen müssen wir bedienen, zum Beispiel den Speicher, das REM. Sie sehen, da gehen auch alle drei hin vom Bus, das ist auch klar. Sie müssen nämlich mit dem Adressbus adressieren, wer hier drin und mit dem Datenbus dann die Daten hin herschieben. Dann haben Sie ein ROM, ein Read-Only-Memory, Sie gehen weiter sozusagen zur Peripherie und so weiter. Und der eigentliche Hauptspeicher, das REM für Random Access Memory, der war früher tatsächlich als Magnetkernspeicher gemacht. Das ist eigentlich unglaublich. Das war so in den 70er Jahren noch zum Teil. Und zwar, ich habe das mal hier fotografiert, so ein Ding hatte ich aus dem Rechenzentrum mal besorgt. Und hier sehen Sie wirklich mal eine Aufnahme hier. Vergrößert, nochmal vergrößert. Und was Sie hier sehen, das sind Magnetkerne. Winzig klein, die haben so einen Durchmesser, nicht mal von einem Millimeter. Und die Leitungen kreuzen hier, schauen Sie, da gehen sozusagen immer drei durch. Und damit können Sie praktisch das Ding polarisieren, dass es entweder zum Nordpol oder Südpol wird. Und jetzt gesponnen, Nordpol steht zum Beispiel für 0 und Südpol immer für 1. Das heißt, jeder Magnetkern von jeder dieser Ringe tut genau sozusagen ein Bit Speicher, 0 oder 1. Vollkommener Wahnsinn. Das Ganze wurde nämlich, soweit ich weiß, von Hand gemacht. Das haben in der Hauptsache Frauen gemacht, das aufgefädelt, weil Frauen sozusagen die feineren Finger haben. Unbezahlbar aus heutiger Sicht. Aber jetzt wissen Sie auch, wo der Ausdruck Kernspeicher herkommt, nämlich von diesen Magnetkernen. Der einzige Vorteil von diesem Ding war überhaupt, dass sie den Strom wegnehmen könnten. Und sozusagen hat sein Gedächtnis behalten, weil dadurch verlieren ja die Magnetkerne, wenn der Strom wegneht, nicht ihre Magnetisierung. Das war aber auch der einzige Vorteil überhaupt. Heute macht man das anders. Entweder mit sogenannten D-RAM, Dynamic-RAM. Das sind eigentlich nur Kondensatoren, die sind leer oder geladen. Die sind relativ langsam. Und vor allen Dingen, sie brauchen periodisches Refresh. Das heißt, sie müssen immer wieder ausgelesen werden, sehr schnell. Und müssen dann wieder sozusagen Stromimpuls kriegen, damit sie sozusagen ihr Gedächtnis behalten. Aber es ist relativ preiswert. Das ist der übliche Hauptspeicher, den man heute verwendet. Dann gibt es das SRAM, Static-RAM. Das sind jetzt tatsächlich Flip-Flops aus zwei Transistoren. Das ist sehr schnell, aber auch teuer. Das sind typische Cache-Speicher. Nimmt man auch für Grafikspeicher und ähnliches. Die eigentlichen Bauformen ändern sich fast minütlich. Hier steht jährlich. Man kann inzwischen sagen minütlich. Es gibt derartig viele Bau- und Sockelformen inzwischen und Qualitätsunterschiede mit und ohne Parity-Prüfung. Also ob das sinnvoll ist, was da noch gespeichert ist auf dem Riegel. Brauchen wir uns nicht weiter mit befassen. ROM steht für Read-Only-Memory. Für was braucht man das? Zum Beispiel um den Urlader zu speichern. Wenn der Strom weg ist, ist jeder Computer eigentlich ein Haufen Elektronik-Schrott. Mehr nicht. Wenn Sie den Strom einschalten, dann läuft als erstes mal der sogenannte Urlader los. Der guckt nämlich bei Ihnen. Gibt es eine Festplatte, egal ob die physikalisch ist oder eine SSD ist, guckt, ist da in einem bestimmten Sektor ein Startprogramm drauf. Das kann man in bestimmten Dingen identifizieren. Wenn ja, ladet er es in Hauptspeicher und das zieht dann Zug um Zug übrigens in mehreren Schritten das eigene Betriebssystem hoch. Und damit das überhaupt so ein Urlader anläuft, braucht man einen ROM. Der wird in einem Speicher gespeichert, der sozusagen sein Gedächtnis behält. Das hier ist ein älteres EEP-ROM. Also ein elektronisch programmierbares ROM. Und zwar dieses Fenster ist nochmal abgeklebt. Hier sehen Sie den eigentlichen Speicher und den kann man jetzt löschen mit UV-Licht. Dann wird er wieder zugeklebt und programmiert wurde so ein Ding mit einem hier, mit so einem PROM-Programmer, mit so einem Apparat. Hier hat man das Ding reingesteckt. Computer angeschlossen, das Programm, was da drauf sollte, wurde dann hier drauf geschossen. Es ist ein sogenanntes EEP-ROM-Programmiergerät. Heute macht man das meistens mit EEP-ROMs, also vollkommen elektrisch, gar nicht mehr mit so einem PROM-Programmer. Das ist nur, ich habe Ihnen ja gesagt, ich will Ihnen bewusst so ein bisschen, naja, ein paar historische Sachen zeigen. Was nagelneu ist, können Sie jede Woche in irgendeinem Computerplättchen nachlesen. Solche ROMs sind auch wichtig, zum Beispiel für Steuerprogramme. Ach so, ich schätze die Uhr die Uhr oder die Uhr oder die Uhr an? oscillieren, weil das ein bisschen mit einem backe, jetzt brauche Sieziehen. Vielen Dank.